jetzt klappt es dann auch willkommen bei youtube wir wollen heute ein wenig was umbauen denn ich habe mir ein paar gedanken gemacht und wir werden tatsächlich jetzt den distillation tower bauen dafür müssen aber einiges vorbereiten und zwar habe ich mir ich weiß gar nicht habe ich mir Notizen für gemacht Energy Sets e.V. Prozessor Secrets ich glaube den Kram können wir mittlerweile löschen ich habe mich nicht irgendwo hier Schilder aufgestellt sollte mir angewöhnt die Schilder vorne aufzustellen genau da hinten sind nämlich welche denn wie man hier sieht Silicon Dark Side das das reicht vorne und hinten das ist nett dann haben wir hier nämlich ein bottleneck wie man sieht es läuft alles durch die meisten Maschinen sind auch alle vollgelaufen außer die Maschinen die Propäne brauchen also auch hier so viel Glide Fuel ist nicht vollgelaufen aber es wird zumindestens mehr Problem ist aber immer noch wir haben zu wenig Propäne und zwar viel zu wenig Propäne dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt da wir die meisten Rezepte die wir mit Propänen machen also beispielsweise machen wir ja Methan daraus kriegen wir ebenfalls aus dem hier aus dem Steam Cracked Light Fuel kriegen ebenfalls Methan raus sogar noch im besseren Verhältnis als wenn wir Propäne verarbeiten und wir kriegen halt parallel Propäne heißt da wäre ein Verbraucher sozusagen weniger dann benutzen wir das auch um ich glaube eine von denen hier zu machen da bin ich mir gar nicht so sicher das müsste man dann gegebenenfalls gucken aber beispielsweise auch Kumene produzieren wir damit und für Kumene brauchen halt Benzine und Propäne heißt wir brauchen eigentlich sozusagen Steam Cracked Light Fuel doppelt oder wir benutzen die Distillation Tower also mit anderen Worten Distillation Tower hat den Vorteil dass wir uns diese bottlenecks sozusagen sparen apropos bottleneck das Ding hier kann weg das haben wir nämlich leer so zack dann haben wir das auch schon mal weg genau also wenn man hier guckt mittlerweile Epoxid Barren sind voll ja hier fehlt halt vorne und hinten noch die Silicon Gedöns das ist auch tatsächlich nicht mehr der Fall das Problem ah genau die ganzen Zick jetzt sind nämlich alle durchgelaufen ohne Probleme also ein paar Probleme hatten wir aber jetzt nicht so schlimm aber was ich wohl drauf hinaus wollte wenn wir den Distillation Tower aufbauen haben wir das Problem dass wir theoretisch voll laufen können irgendwann hatten wir ja schon mal die Diskussion wer schreibt mir jetzt in Discord ah ok ähm genau also da haben wir theoretisch das Problem dass es irgendwann voll läuft dementsprechend müssen wir uns da was überlegen ich habe mir da schon ein paar Gedanken zu gemacht wir müssen halt gucken ich sag mal was wir hier am effektivsten reinschmeißen sieht mir ehrlich gesagt nach Light Fuel aus ähm ja Light Fuel und Light Fuel wird aus Sulfuric Light Fuel genau und das ist dann einfach auch wieder so paar drei vier verschiedene Sachen kriegen wir ja auch raus wenn wir hier Öl reinschmeißen würde ich dann auch da drüber höchstwahrscheinlich machen aber wie gesagt da fehlen uns ein paar Sachen für als erstes würde ich aber gerne das Ding einfach damit halt alles weiter läuft sage ich jetzt mal ja wobei eigentlich das jetzt auf EV upgraden wäre dumm weil der fällt eh weg demnächst ja auf jeden Fall wenn wir halt schon mal eine Infrastruktur aufgebaut haben um die Sachen sozusagen zwischen zu speichern habe ich mir auch gedacht dass wir diese Anlagen hier die sozusagen eine Flüssigkeit immer wegschmeißen auch umbauen werden zwar haben wir das jetzt erst vor kurzem gemacht ja gut stimmt Hydrogen ist halt auch viel zu langsam ähm also wir haben es halt vor kurzem schon gemacht aber ähm ich würde dann halt gerne so was wie Oxygen Hydrogen einfach mit reinpumpen hier Light Fuel da kriegen wir immer Hydrogensulfide raus ähm ich meine sogar diese Anlage hier haben wir doppelt wenn mich nicht alles täuscht ja oder hier alle anderen Gase außer Liquid Air dass wir das halt wegschmeißen ist halt alles ein bisschen blöd ja genau hier Phenol schmeißen wir weg Acetone behalten wir hier ist es glaube ich genau andersrum genau also hier haben wir beispielsweise auch wir haben eine Maschine die Phenol und Aceton bringt aber wir haben es doppelt aufgestellt und schmeißen halt immens viel weg und ich möchte generell weg von dem löschen ich habe mich bis jetzt immer so ein bisschen davor gesträubt weil wir brauchen halt drei Storage Busse pro Flüssigkeit äh drei Busse pro Flüssigkeit mehr werden wir gleich alles sehen was wir da brauchen aber ähm ja mir ist da tendenziell eine Lösung für euch gefallen das erste was ich heute aber gern machen möchte ist die Drawer hier unten umbauen und zwar nervt es mich massiv dass wir durchgehend produzieren obwohl wir es nicht unbedingt brauchen und vor allem ist auch das Problem ja wobei ich bin jetzt gerade so am überlegen weil meine Idee war dass man quasi ein neues ME System baut also ein komplett unabhängiges ME System was hier einfach nur einen Import Bus ran macht und quasi dann einen Storage Bus an einem Drawer Controller der sozusagen alle hier ansteuert sozusagen weil mir war das ja eh schon ein Dorn im Auge dass wir hier so viele verschiedene Drawer haben und überall und nirgends Drawer und es war nervig sagen wir es mal so aber mit der Idee die ich hatte können wir einfach nur einen Drawer Controller benutzen und am Ende dann halt an dem sowohl ein Storage Bus von dem weißen System als auch das externe System sozusagen aber ich bin jetzt gerade nochmal wieder am überlegen ob das so gut ist weil an sich Vorteil wäre halt wir würden Stahl nicht verbrauchen wir würden Aluminium nicht verbrauchen also wir würden halt viele Sachen nicht durchgehend produzieren weil ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist jetzt gerade um ehrlich zu sein ich glaube ich würde es aber trotzdem umbauen ja einfach weil ich es auf Deutsch nicht mag wie es gerade ist mich nervt das ehrlich gesagt ein bisschen ja wir werden es umbauen heißt wir brauchen neue Kabelarten und ich habe mir gedacht dass wir einfach weil wir es jetzt eh schon haben die schwarzen benutzen das heißt wir brauchen das Ding wir brauchen Tunnel wir brauchen Import Busse wir brauchen ein ME Controller haben wir sogar noch und wir brauchen eine Cell ja wobei da sollte eigentlich eine Pile reichen ja hier so eine Tier 3 Pile sollte da locker ausreichen gut das heißt wir müssten hier unten ein Draw System aufbauen und ich bin gerade am überlegen wo wir das am besten machen und im Endeffekt das Ding hier will dann auch zu einem anderen Kabel tatsächlich so ist zumindest gerade die Idee Draw Controller ein Framed Drawer ich muss sowieso demnächst neue Drawer bauen das sehe ich gerade 64 und jetzt muss ich halt nur die richtigen Sachen da zusammenbasteln das weiß ich nämlich leider nicht mehr ja wo ist die Draw Bench äh Framing Table heißt das Ding so die Dinger rein und das sieht schon mal falsch aus so okay dann warum machen wir wieder zwei Stück haben aber soll mir mal egal sein wichtiger ist es sind die gleichen gut dann ja wo setzen wir das hin hier ist ja sozusagen der Hauptknoten ich glaube ich setze das hier unten einfach hin ja warum nicht so du kommst jetzt einfach irgendwo ans Weiße dran wo es uns am besten demnächst nicht stört hier beispielsweise okay ich hab gar nicht gewusst dass der noch die ganze Zeit knackt interessant genau hier würde ich dann jetzt auch sobald wir haben die Tier 6 Zellen einbauen äh das ist ein Unterschied zwischen Tier 6 und Tier 5 also Tier 6 braucht dann schon andere Kabel ähm einfach damit wir einen größeren Zwischenpuffer haben so das heißt ich würde jetzt glaube ich ja wie mach ich das am besten also auf jeden Fall wird das Kabel hier mal kurz umgelegt weil das nervt mich gerade so ähm ich hoffe ich mach jetzt nicht alles kaputt so ne warte oder äh ne das muss sowieso ne ich lass es doch so wär zwar schöner gewesen wenn ich hier diesen Buckel rauskriegen könnte aber hier drüben brauche ich ein E weil da habe ich das Stromkabel dran da komme ich nicht drum rum ja ok weil die Idee ist dass ich hier sozusagen das hinbaue hm ich bin jetzt nur gerade wirklich am überlegen wie ich das mache Export Titanium Ingots warum ist hier ein bisschen ich kann auch gar nicht Titanium Ingots craften lassen ok das scheint irgendwie noch eine Altblast zu sein so das kommt schon mal weg ähm genau dann kommt hier quasi das andere Kabel ran das heißt wir brauchen eigentlich nur hier ein Kabel na und für den Strom ergo könnte man auch da kriege ich den Channel heißt man könnte eigentlich auch hier so machen ja das müsste gehen so der ganze Kram kommt hier alles weg wie gesagt hier kommt gleich sowieso das andere Kabel ran so und dann brauche ich den Controller noch und ich hätte es tatsächlich gerne gemacht dass ich es so habe das wäre doch was oder ja ja ich glaube so hätte ich es gerne so das dann muss ich mir nur überlegen wie ich das schwarze Kabel lang ziehe weil ich brauche denn jetzt ja gleich überall einen schwarzen Anschluss sozusagen beziehungsweise ich glaube ich ziehe gleich drei Stück nee ich glaube zwei sollte reichen ich glaube ich werde es tatsächlich so machen nein so dann hier raus und und bei genau in der Ecke hat es natürlich auch was also ich will halt ungern jetzt für den Strom da noch einen extra Anschluss machen so hätte ich es tatsächlich gerne gemacht Controller so dann kann ich nämlich ein Dance Kabel da lang ziehen muss ich mal gucken wie ich das denn hier hinkriege aber das ist eine andere Geschichte weil ich glaube nicht dass wir mehr als 16 Stückchen in einer Reihe hinkriegen werden und selbst wenn dann kann man immer noch neu bauen und dann kann man sozusagen das zweite Kabel das heißt ich brauche doch zwei Dance Kabel eigentlich am besten gut aber dann könnte man im Zweifelsfall also auf jeden Fall die Idee ist einmal so quasi weg und dann würde ich es so hier weg machen aber da ist das Kabel noch im Weg nee so mache ich es weg genau okay dann äh brauchen wir noch den Draw Controller der muss einmal an dem angeschlossen werden oder ziehe ich den einen vor also ich versuche es halt so hinzukriegen dass hier wenig ich nenne es mal Kabel Salat entsteht ja wie mache ich das am besten sonst so dann könnte ich quasi den hier machen und habe ich keinen Storage Bus mitgenommen und von hinten den hier ja sollte so doch funktionieren oder nicht gut dann ähm müsste ich so gut wie alles umstellen hier bitte hier bitte extract only ja hier bitte bidirektional aber noch nicht da wir ansonsten hier demnächst sehr viel Wirrwarr haben werden weil ich würde die Sachen einfach an einem Storage Bus sozusagen hier anschließen und einfach importieren lassen fertig also sozusagen hinten einfach überall Import Bus ein paar Akkarten ein paar Akkarten und fertig da muss ich nur mir überlegen wie ich die abreiße das heißt wir machen jetzt hier einmal den hier bis auf wenn die da